Yo Leute, ich bin's wieder, Balbo, und heute spielen wir drei Runden Ranked und wir versuchen, so hoch wie möglich zu kommen. Was callt ihr, wo werde ich eingerankt? Ich schätze Gold 1, Gold 1, Gold 1, Gold 1, Gold 1, Gold 1 oder Gold 2 wirst du eingerankt. Wenn Balbo, der letzte Season Elite war, auch Gold eingerankt wird, wirst du easy Gold eingerankt. Oben drauf ist ne Waffe. Der hat die Waffe. Ich lande hier, hier. Der hat die Waffe. Willst du dich verarschen? Ich lande im Bahnhof. Ich flieg nach hinten. Hier ist... Ich hab ne Waffe. Oben auf dem Dach ist bei euch einer, ne? Komm her, Josef, komm her. Oh Gott, der hat ne Waffe. Schießt mich nicht an, bitte nicht. Ehre. Komm zu mir nach hinten, hier ist niemand. Ja, wie soll ich jetzt kommen? Er hat dick angeschossen. Oh, hab ne Pump. Josef? Der ist da, der ist da rum. Der wird angeschossen. Ich geh außen rum. Der läuft da. Ich seh'n. Es sind 10.000 Leute. Dead. One Pump. 20 White. Der hat ne Pump, der hat ne Pump on me. Komm. Digga, der hat alle ist, der hat 50 White. Dead. Da kommt auch einer, kommt noch einer. Das ist Craig. Du machst wieder ne Pump in der MP und so. Hast du Mets? Ja. Hä? Wo denn überall? Über dir. Ja, das war's wieder. Ich komme. Josef, bitte. Ich kann nicht. Warum sprintet er nicht? Ja, was soll ich jetzt tun? Geht's? Jeder hat sich ein Play-Safe drunter. Dead. So heißt ich, ich bin da. Bitte, ich bin da wohl. Bitte, einer noch. Einer noch. Bitte, schieß einfach rein. Schieß. Ja. Der ist kacke. Ja, was soll ich machen? Digga, in welcher Rang bist du? Auch Gold 2. Ich mach so keinen BIP aus. Ich bin Gold 1. Ich bin Gold 1. Deswegen wunderte ich mich, warum Josef... Ich dachte, du wärst Gold 2 gestern und ich Gold 3 deshalb. Ja, wenn du Gold 1 bist, dann bin ich Gold 2. Und Josef wird Gold 2 eingedrankt, obwohl er gar nichts in der Runde gemacht hat, ja? Ja, wir sehen halt, dass ich besser bin als du. Ja. Nee, du sehen das... Das ist ein höherer Rang letztes, diesen Harte. So wird das nicht machen. Ja, ich hatte einen höheren. Ich hab dich auch... Man sieht halt, wer mehr Hilfe braucht, um hochzupushen. Ich bin gerade genau so. Du bist auch schon in der Season angekommen. Es tut mir leid, dass sie gestern nicht tanken... Landen noch welche mit auf dem Zug? Nee. Die landen ja bei dem Ort. Checks. Ich komm nicht in die... Ja, da landet einer auf dem Zug mit tot. Ich bin hier irgendwo... Da landen drei Leute oder so bei euch im Zug. Ja. Vier Leute, fünf Leute. Ich hab ne Sneijber. Und er hat ne Shotgun, ja. Perfekt. Oh, mir ist ein Gegner. Ich hab ein Knüppel-Duell. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Deine läuft weg. Mein letztes Season-Rank wäre irgendwie viel einfacher. Die machen alles wieder kaputt. Wenn Arena einfach nur wieder reinkommen würde, wäre alles hier einfacher. Ihr würd sich so ein scheiß Punktesystem geben. Ihr müsst ja hier landen bei mir. Ein Trio. Ein Trio zu dir. Ein Trio ist direkt vor mir gelandet irgendwo. Ich lese die. Der ist hier irgendwo sein. Da hinten sind die... Da ist einer. Im Wald. Der läuft allein. Ich kann nicht schneiden. Ich auch. Ich geh aber hin. Aber die fahren mit dem Auto weg. Die sind doch hier. Da unten. Da unten. Da unten. Da unten. Da unten stand einer. Der hat hier dazu gemacht. Als ob das kein Hinweis. Ich hab's nicht. Vielleicht sind das Bord. Rocket League Auto. Er hat kein Treibstoff. Nee, die haben ein. Die haben ein. Da liegt ein Knock. Hedgehoffs. Na, ist wo? Genuskoped. Ja, das ist der Letzte. Komm. Der hat mal Loot genommen, der Wichser. Der ist unter der Cone. Unter der Cone. Cracked. Nice. Der Boss ist on mir. Der Boss on mir. Ja, jetzt bin ich tot. Der war mein. Der hat den Boss... Irgendwo ist da hinten noch so ein Typ. Der sniped mich. Das ist der Zug. Geht nach. Oh mein Gott. Da kommt halt einer. Hedgehoffs. Oh mein Gott. Im Sprung. Im Sprung. Hedgehoffs. Komm mit, Jungs. Ey, kannst du den snipen? War nur einer? Ne, ich brauche noch. Der war nur einer. Hier oben. Was ist das denn die mythische Waffe, die da hat? Oh, hallo? Das ist ein Goldner. Hä, wer hat die... Hä, ich brauche die... Was ist? Ich werde angesniped. Donnersalbe. Von oben? Oh ja, ich sehe. Ach, Digga, ich habe jeden snipen. Ja, der Block ist in der Schreffer. Ja, ich war von oben gesniped. Ich brauche die Münze wieder. Den kann man nicht schicken. Der steht einfach rum. Braucht die Münze wieder. Schleisch, bitte. Darf ich danach auch noch? Geht. One shot. Dead. One shot, one shot. 70 wide, 70 wide. Nice. Ich bin one shot. Ja, was machst du? Hä, ist nicht one shot. Ne, ich meine den an. Ich fand doch den Eminem. Ich bin one shot. Weg. Nice, let's go. Ey, wie trash waren die? Ich bin angeschossen. Von da oben. Ey, dead. Nein. Nice, nice, nice. Da, da. Da hin. Josef, die Münze liegt da, ne? Ich werde angeschneit von hinten. Ich habe jetzt kassiert. Outer on uns. Hölle die Münze, Josef. Wo ist die Münze? Ich brauche auch. 110 gesniped wie vorne, von uns, von uns, von uns. Ey, Josef, kann ich gleich noch mal Münze? Ich brauche die unbedingt. Hilfe. Äh, hier unten. Ja, kannst du wohl. Hier. Von der Seite, die am Aimbot. Ja, hier links, den einen habe ich 110 gesalbt. Ja, Digga, gib mir den auf. Ich weiß, den anderen. Ich habe 210 dürfen. Wir geben dir die gleich wieder. Display. Wollen wir rein? Wollen wir rein gehen? Oh, dead, dead, dead. Ist die OP, die MP. Nein, lass rein. Da kommt noch ein anderer. Der konnte mich mal gegenbauen. Coolbox. Nice. Travis. Travis. Nice. Er hat so geboxt. Er hat so eine Kone kassiert und dann... Der Arme. Hier ist einer 110, 110. Ich gönne mir einen Backkill. Da vorne, da vorne. Geht, Omi. Omi campt einer. Ein Solo. Ja, den habe ich gesniped, den habe ich gesniped. Ich habe gelasert, das ist kein Solo. Kann ich die Münze nochmal kurz? Der hat ein Schild. Bitte, Josef. 120 auf einen. 70. Nice. Auf dem weiß, schwarzen Skin. Er kommt. Wer ist hier? Crack. Er ist Crack. One Shot. One Shot. Nice. Hier, Omi, Omi. One Shot, One Shot, One Shot. Aha, geil. Wo ist er? Ich habe ihn erst hier gemacht. Auf alle, ich gebe ihn eine 130er Bombe. Boah, Sekte, äh, epische. Ey, wie viele Münze? Da hinten. Ja, ja, ich weiß. Headshot snipe. Ganzhaft? Ja, was hast du für ein A-Bot mit der Waffe? Ich habe gesniped. Von. Da. On me! Omi, Omi, wo kommt der denn her? Vielleicht ist das eine Kristall. Nein, 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 das ist der Lewis Hamilton. Ah. Chill Crack. 100. 100. Despray. Das Abfahrt. Ich gehe weg. Ich treffe gar nichts mit der AR, ne? 100. Gesniped. Da hinten. Ich sterbe ein anderer. Ich wurde gesniped. Ich wurde gesniped. Warte vor uns! Das sind so ein Erster. Lass dich eingehen. Ich sterbe gleich, ne? Ach du. Das ist der Lewis Hamilton. Ja, wurde gesniped. Von hinten, Jungs! Digga! Ja! On me. In meiner Wall. In meiner Wall. Dead. One Pump. Wow. Mit dem ersten T. Okay, ich habe es jetzt. 100! Nice. Lass pushen, lass pushen, lass pushen. Der hat 100. Wir müssen pushen. Ja, der hielt sich. Der hielt sich. Aber die sind wirklich. Die sind wirklich. Crack, dead! 20 der Krone. Dead, let's go. Da hat die Jura nochmal den Kronewin geslugt. Ja. Digga, ja, 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 okay. Scheiß, glaube ich, ich brauche keine Kronewins. 15 Kills, Jo. Und das ist der Rank Up. Gold 2. Gold 3. Gold 2, 46%. Let's go. Gold 3, 32%. Gold 3, 42%. Gold 3, 42%. Hier, direkt vor mir war einer. Direkt vor mir. Dann gehe ich zu dem. 20. Crack, one shot, dead. Nice. Gut, chillig. Cool, gern dir alles, bro. Ich brauche auch nichts. Hä? Wieso? Wurden die von dem Boss gekillt? Ja. Ja, guck, hier ist der Boss. Ich habe Schild für euch. Ich weiß auch nicht, woher ich die habe. Der war exakt gleich, Jo. Hast du einen Tresor, oder? Er will den Tresor haben. Mie. Hä? Wie kommt man runter? Oh, Scheiß mit dem Piepenräucher. Nö. Nö. Lass drauf gehen. Da drauf. Ja. Digga, das Ding ist wirklich. Wieso backt man die ganzen Sätze? Da oben geht nach. Catch us. Ich muss rein. Ich snipe der Typ. Da kommt gleich, da kommt gleich. Ich lass aussteigen. Ich lass aussteigen. 20? Von links, von links auch noch. Du musst aussteigen. Du musst aussteigen. Lass drinnen bleiben. Lass einfach drin. 1,20 um dir, Josef. 1 HP. 1 HP. 1 HP. 1 HP. 90 weit. Puppel dead. Habe ihn. Ich hab keine Erärmung mehr und wenn ich mir pisse. Das ist ein Gegner, ne? Ich weiß. Der kommt. Dead. Alles. Alessa. One shot. One shot. Da sind welche drauf. Die sind beide drin. Die laufen nach ganz hinten. Ich wurde nur aus dem Busch angeschossen. Ja tschüss, tschüss, tschüss. Die kommen jetzt in den Zug. Ich lass sie überraschen. Die sind da. Die pieken. Die werden gepusht. Ich geh rein. Fast crack. Noch einer. Der on me auch. Der ist oben bei dir. Der ist abge... Der hab ihn dead. Er ist 1 HP. Dead hab ihn. Da ist der andere on me. On shot. Die haben wir. Die haben wir. Ich hab's. Let's go. Nein. Nein. Die müde. Die typische Waffe ist auf dem Zug. Oh mein Gott. Never. Never, ever, never. Ich geh. Das Ergebnis auf dem Zug. Die holen sich jetzt die Waffen. 100. Du bist so am Arsch, ne? Ich werd dich so fertig machen. Auto, Auto. Ja, da vorne. Das sind die Typen. Ach, Digga. Ist das wundsinn, ne? Sind die im Auto? Oh mein Gott. Dead. Dead, dead, dead. Ich wurde gelasert. Finde ich schnell. Ich hab das weggekratzt. Der hat ein Schild. Ich komm den nicht hin. Sieg zu weit. One shot. Nice. Ist der schon geöffnet? Nee. Let's go. Hä? Wie wollen wir den öffnen? Geht du mir sicher? Ich bin bei Full Life. Die schießen hier vorne immer nach. Wir haben schon wieder sieben... Ja, auf mich. Steps on mich. Steps on mich. Warte, ich starte den gleich. Ich seh den gleich. Nee, nicht. Ja, meinst du irgendwie langsam im Crouch. Wo ist der? Hier vor mir. 110, 110. Nice. Da und ab. Fünf... Da und ab. Fünf... Fünf... Da und ab. Fünf... Da und darum. Du. Oh, fast jetzt schon sniped. Das wär ein Träumchen. 90. Auf die Surf-Wächse. White, white, white. Das hat uns weit. Wie da ich du? One shot. Nochmal one shot. Beide one shot. Beide one shot. Ich hab den... Der ist so gegen meine Klonen gesprungen, ne? Der andere ist auch one shot. Da ist sie weit. Auf die Wall. Er ist wie für one ins Spiel. What? Der one pumpt mich! Er hackt! Für one shot. Er hackt! Was ist weg? Einer ist noch da. Ach, Digga, Mann. Der hat den gerebooted. Das hab ich nicht mal mitbekommen. Ja, hä 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 hä? Man hat doch überhaupt nichts gehört. Was denn? Der hat den gereboot. Hä? Ich weiß, der hat den ja gerebootet, den ich geholt hab. Was denn gefinischt, den Typen? Ja, aber ich! Hä? Das ging mal, eine K negotiated Beachliyor walk. Was macht das für Sinn低manлов , da war die weg da. Dass du, ist das Duo, was dankends mundo boot ist. Er war auch nie weg. Ja, eben. Ja, wollen die auch mal move'n? Na, brauchen die nich. Ich kaffeeab auf das in so eine sange. Nee. nicht in die richtung die anderen sind auch ja die wir haben geschossen ja siehst du gelassen meine ich bleib einfach da bleib einfach da du hast 300 mits wie lange konntest du warten um den schuss zu machen was ist denn das für eine scheiße der ist direkt neben dir die spielen die denn die haben drei kills das war's mit dem video wir versuchen auf jeden fall noch mehr zu pushen und so richtung anbieten oder vielleicht auch champion so zu kommen ja es werden wahrscheinlich wieder mehr videos kommen jetzt auf meinem kanal bis zum nächsten video ciao ciao